auch mehr findet es hat schon scheiße dabei ist einmal steil ist vielleicht kann man ja machen aber nicht halt nur sky base er wollte hat irgendwie zehn runden hintereinander nutzt weil wir jetzt wollen ist sie drin ich fliege wo oben einsehen da hatte ich schon warte ich brauche nach von ihrer ich behast und harponierer irgendwo gott der leser mich weg ist einfach so nein junge der lässt mich weg wie sonst war es falsch mit dem ein hit oh mein gott was ist falsch mit dem alter ich bin harponierer bitte ich bin harponierer ich habe noch neun rocke für dich ja gib mal bitte ich weiß nicht wo er ist aber er ist weg bitte dann jetzt grob rocke jetzt oh der arme rocke jetzt alter okay warte warte war die idee idee ich gehe in die zone da machen wir den challenge warte guck mal ich will er kommt auch mit bitte komm komm bitte 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 er macht mit guck 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 dir guck mal kannst mit einem metz trocken bitte komm mal bitte komm mal bitte und trock mit einem metz guck im wand geil warte kommt ob ihr dein metz gibt metz so gehe mal weg ich habe das gebaut warte los oh shit oh scheiße er mich nein er mich ne zu links aber ist schon klar dass du zu warte 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 wenn du stirbst muss ich ihn ja dann holen oder ja nice geil als ob der gegner es einfach mitmacht wie geil best mates ich habe das letzte mal gesehen ich wollte es auch einfach mal verdienen und das war eigentlich auch recht ja gut ich hatte deine metz warte mal wie viel metz hatte der denn noch ich glaube nicht mehr viele der hat noch voll holz und 200 stein voll metall und 230 stein ja gut das ist noch so hast du noch nicht bereit gemacht hast du noch nicht bereit gemacht ja dann mach mal auf cancel ja habe ich schon also bist du jetzt hier wo du noch ready machen kannst oder ja okay dann drückt deine emote taste ja dann rechts klicken dann noch mal emote taste also emote taste wenn du im emote menü bist ja dann halte rechts klick gedrückt ja und dann du noch mal emote taste drücken und dann kannst du wieder loslassen hey hey ich habe keine metzen ah doch leute haben wir keine metzen ja aber das finde ich jetzt echt geil gewesen dass er noch mal sowas gemacht hat er war er war er hat er 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 er